Ah, na warte, dann müssen wir... da, genau. Zack, 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 dann müssen wir die lebt. Dann fragen wir, sieh mal, wir sind da abgeholt, wir sind da gut. Aha, die Frage ist nur, welches Café? Es gibt ja zwei, entweder dieser im Shopping-Center, oder das andere, warte, ich schau mal, ganz kurz, nicht, dass da jetzt, glaubt, dass die vielleicht das Café. Es gibt ja das Café da hinten, und dann gibt's wieder das andere Café. Aber gut zu wissen, dass man da mal Anhaltspunkte kriegt, da. Ne, da geht einmal nix ab, anscheinend. Oh, da ist ja das Café. Dann müssen wir halt in den Shoppern. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sollte ich vielleicht am besten eine Runde gehen, oder so? Ich glaub nicht unbedingt. Ich glaub eher wenig, aber ganz oben ist das Café hier. So, einmal. Einmal auf ihn. Damit wir vielleicht doch mal ganz kurz alles abgecheckt haben. Kann man ja auch machen. Das ist die Nummer 3. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir da. Ah, da haben wir gleich wieder das. Gemeinsam runter. Schauen, ob wir da vielleicht irgendwo was haben. Irgendein... ...Zugseldemosmente... ...muss ich da genau in der Ecke hin hoch und glaub dem... ...Kannst... Dann... ...hoff... Oh Scheiße. Einmal... Zwei mal. Einmal gleich kolossier. Einmal gleich kolossier. Einmal gleich kolossier. Ja, irgendwie kann man diese Sachen wieder verkaufen. Weil sollen wir mich bewegen. Ach so Scheiße. Fast. Ja, ich will doch mal wieder kolossier. Mal schauen. Gold Cup. Mal schauen, ob wir so stark sind für das Gold Cup. Ähm, und? Macht ihr uns gleich mit Einschlag? Fast. Fast macht ihr uns gleich mit Einschlag. Okay. Naja, wenn da mehr sind, kann das schon zum Problem führen. Aber vielleicht ist jetzt nur mal der eine so stark, weil der dann alleine ist und damit die Autos sind. Dann geht das vielleicht der Eindruck. Ah, da kann man richtig schön leben. Uff. Ach du Scheiße. Ja, das wird dann ein bisschen doch schwerer werden. Das wird definitiv ein bisschen schwerer werden. Ha. Immerhin einer weniger, zwei sind es da noch. Alter, die können hier überhaupt angreifen. Ja, da merkt man, das ist ja Gold. Da merkt man definitiv, das ist Gold. Einmal den. Mach da selber die Attacken. Da machen wir die Attacken. Mal schauen, wo sind das Haupt. Aha. Nice. Schöne mal die Härte sind einfach. Oh, gleich mal gewiegt. Na moin. Ich glaube, das Level haben wir uns jetzt definitiv erspart. Oh. Zweck raus. Auch das hat wenig geteilt. Nein. Einmal hinterlegt. Hinteroue. Ich frage mich dann, wieso er dann eigentlich immer schwerer Schlag macht? Der auch! Putaturnblastner! Ufff! Oh man! Fossteht mir im Kopf, Fossteht! Einmal! Und zweimal! Der macht nur kurzes Päuschen, der muss sich schon wieder ausrunden. Wahnsinn! Schon wieder miertes Arschloch! Mega Flammen, als würde ich auch gehen können! Uuuuh! Das war sein Untergang! Das war definitiv sein Untergang! Dritter Kampf! Auch gemeistert! Nix! Bei dem müssen wir aufpassen, bei dem müssen wir aufpassen! Der mit seinen Scheißuhrensverfickten Konter! Das ist jetzt plötzlich nicht! Vielleicht hat er diesen Effekt jetzt grad nicht genutzt! Und tschüss! Mo Moin! Ha! Alle drei sind sogar schon 30! Perfekt! Schön, schön, schön es zu sehen! Schön zu sehen, dass alle 30 sind! Also quasi die... Nein, der andere ist auch schon 30! Wir haben... Haben wir einen? Unter 30? Ja, den einen... Den einen haben wir ja unter 30 noch! Den müssen wir ja auf... Also... 26 bringen... So circa... Und... Müssen wir schauen, ob sich das wieder ausgibt mit dem... Mit dem... Und tschüss! Und tschüss! Der eine ist auch schon 14! Hat sie noch immer nicht! Ah, nein, nein! Es sind 26! Perfekt! 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 Oh, ich glaub das sind eh schon die letzten zwei! Das sind eh schon die letzten zwei! Und tschüss! Baba! Schau mal, dass wir die ficken! Und nur wegflexen! Da ist ja gesagt! Oder wegflanken! Kein Problem! Alles ist möglich! Hm? Nochmal! Hm? Und... Und er schon wieder mit seiner Huhe! Er schon wieder mit seiner Huhe! Mit seiner scheiß verdammten verkackten Huhe! Eieieie! Was ist der wieder mit seiner Huhe? Der braucht unbedingt ne Huhe! Kommt mir so vor! Der braucht unbedingt ne Huhe! Unbedingt! Unbedingt! Baah! 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 Noch! Ok, ist aber auch Gold! Ja, ist aber auch Gold! Das habe ich mir schon gedacht! Das kann doch ein bisschen wehtun! Die! Da, was haben wir bitte für eine Verteidigung! Oh mein Gott! Ah! Jetzt gebe ich mal ordentlich hier! So will ich das sehen! Oh mein Gott! es geht da jetzt auf als er aber wieder wieso kürzelt wie viel Leben haben die? Ah, der hat immer so viel, das ist gut jetzt ist man da eingekriegt, der macht wieder seine Ruhe Pause jetzt können sie wieder X-Heilung brachte Kuhmord hat 1100 bist du da, da ist ja das ganze Leben wieder zurück die Schlampe müssen wir ordentlich schnell killen, bist du da? Nein, jetzt mach ich mich stolz, Digi, jetzt mach ich mich stolz Tschüss Nein, 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 nein Nein, einfach nicht nein Zack, 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 zack Ah, Wahnsinn Na, oh, mein Liebling Ah, oh, mein Gott Ah, ich sohne verfickte Hurenzunznoten mäßiger Hurenzbasta, Alter Boah, scheiß Hurenkinder, Alter, hat das Viech, Alter, ich will dieses Viech unbedingt Ich will das unbedingt Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich liebe dieses Ah, Mann Das ist sowieso seine nächsten Entwickler Oh, 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 wala, 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 wala Wala, wala Wala, wala, wala Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich mach gleich noch nicht drauf, Attacke Ach du Scheiße Oh, mein Gott Ähm, ja Ich glaub da wird sicher einer draufgehen Ah, der wird sicher draufgehen Ah, der wird sicher draufgehen Ähm, Deiner wird sich sicher wieder erholen müssen Ähm, Deiner wird sich sicher wieder erholen müssen Ach der Scheisse, aber wir schaffen das eh locker. Einmal. Zweimal. Und weg ist ja. Passt! Die geile Smuts! Ja, Mann! Bis teppern! Ja! Ja! Oh mein Gott, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Oh mein Gott, geil. Einfach nur, der geilste Shit ever. Der geilste Shit ever. So, war da nicht, denke ich, das Kaffee? Ach so, da ist hier das Kaffee. Denk mir gerade so, äh? War doch ein Kaffee. Ähm, 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 wofür ist das los? doch ich hoffe das ist jetzt auch genau das richtige was wir dafür brauchen ich hoffe ich frage mich ob man das für immer benutzen kann oder nicht fragt mich das wirklich ob man das für immer benutzen kann ob man das nur teilweise irgendwie dann wieder zurück wenn man dann gegen den kämpft oder so mehr sehr interessant so irgendwer was unbedingt schon regelt was wir noch 80 der braucht doch ein neun ist gut aus verteidigung 140 sieg und dort wurde nur 20 so gehen ja es ist so schwer dass man dann nehmen soll immer dort sich den da nur noch das level muss stimmen und dann haben wir ihn bei dir ja nicht den dann brauchen wir den warum es 160 aber initiativen dann sehen wir den nehmen muss immer schauen dass wir mal eine von den nehmen nicht den sonst geht das alles nicht aus ja genau dann haben wir den richtigen schon nur muss ich ihn jetzt leider weggeben ich muss ihn jetzt leider weggeben weil einfach weil man einfach jetzt für mich ist er ist ja nur küsse ich kann sie wurscht so wie man so anschauen kann man aha die gerder wunderbar und da braucht man die jahres mutes in besitz hand kam 25 ich brauche das mit wem und sommer noch kämpfung sondern überhaupt für uns da wartet könnt ihr das kann können wir die sowieso okay 14 passt kam können wir ihn sowieso geben das ist wurscht oder wir brauchen gar nicht mit dahin gehen wir können noch kurz zur die raum gehen dass man den schnell auf 15 machen dann haben sie dann sind wir schon wieder fertig das dauert nicht so lang und dann müssen wir ihn sowieso wieder auf 30 bringen also dann dauert sie in eine kleine ewigkeit bis mehr und dann haben so frage ist wo kann man das zwingen nur zwingend hat perfekt 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 ach du scheiße ganz vergessen wir müssen ein bisschen schauen dass der nette ob kratzt und wieder abkratzt und dort um ein guter wird sonst nie nehmen aber egal wir sind jetzt mal da und dann passt das schon und wir können so zwingen so was wir werden jetzt mal ganz kurz ja genau wie so ab und erhalten bleibt genau damit wir uns ja schon erhalten bleibt damit auch die kleinsten attacken nichts gegen ihn haben und das auch weiter haben wir wieder was neues oder wir könnten so machen ganz schnell jetzt auf ganz ganz schnell ist jetzt machen wollen 10.000 naja für nur das ist jetzt auch nicht ganz anscheinend kam braucht er so genau in so wenigstens gerne nach perfekt den rest kann er wieder haben ich immer den rest max und zurück hier lassen und das fixe im team oh mein gott oh mein gott egal frage ist auch weiterhin die tiere lassen können weil er vielleicht bei mir wieder was wären so achte schätze kam aber erst ja da wollen wir nur mal ganz kurz nur bekommen das ist das ist das ist das ist das nice Ah, Wahnsinn. Uuuuh. Geil, geil, geil. Schau mal gleich, was braucht... Was? Er hat danach keine Digitation? Was? 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 Wollt sie mich verarschen nur, dass man einen Arm hat und so? Ach der Scheiße. Er hat keine Digitation. Er hat keine Digitation. Wollt sie mich verarschen? Ich frage mich, ob ich das dann eh noch mal nützen kann. Warte, ich schaue mal ganz kurz. Ich sehe ihn dazu digitieren und dann können wir es wieder nicht. Haben wir noch eins? Okay, wir haben hier noch eins. Okay, passt. Ja, dann vielleicht das andere, die jeder Wunder z.B. bräuchten. wir dann. Mh. 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 Okay. Okay, alles klar. Was? Ja, okay, ja, wenn es sein muss, okay. Du bist der einzige Malo bei Gott. Na gut. Gut. Ins Aquarium, ins Aquarium soll wir ein Date daheim, ja, aber nicht das erste. Ich soll die Frau spielen. Bist du dapper? Ja, beim Pimpfi. Ich weiß ja, du bist jetzt so übernacht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Irgendwer einfach los, na gut. Ist das jetzt, das ist kein Mädchen, das ist ein Junge. Ich weiß es nicht. Keine Titis. Kein Junge. Ich meine, das ist ein Junge. Danke. Ähm, naja. Danke. Schön. Haha. Wie ist er? Hm. das ja war schon klar das war klar ich habe ich habe es auch gedacht hat er hat er wird sich den spielplatz meinten naja muss sie sich aber auch einloggen also vielleicht hat er jetzt er konnte ich glaube ich bin mal leichter an ich kann sie ja dieser karte Typ sein kann ja möglich sein weil sie hier komplett gaga gaga war ganz kurz in der komischen Zeit und so das hat ja als ich glaube vielleicht gar nicht ganz bestimmtes sein das wird da abgehen oh Oh, nah, woohoo, nice! Dann fucking yes to the video. Dann fucking yes to the video. Klar. Mhm. Oh, hi. Nein, aber ich bin mir nicht immer sicher, ob das ein junges Mädchen ist. Kleine, das ist ein Mäd, das ist ein Mäd, das ist ein Mäd, das ist ein Mäd, das ist ein Mäd. Das ist ein Mädchen. das müssen mädchen sein das müssen mädchen natürlich einmal kämpfen neilgermeister immer produzieren das aufbauen und das er da ja auch da hat es euch das geht man einmal bei erfertigkeit macht den ganz normalen schlag ich denke ich misst und das eigentlich ausnützen eigentlich dass er weil er in der pause ist deshalb habe ich auf der wacht jetzt perfekt so einmal jeder der muss aber schon mal gehen hier über die er um nein weil sie seine baue ist das sein für die mussten sicherheit und als gemütliche beitragen auch für die schüttlichen einmal und zweimal an abhängig von er hat das in den grünen aber er einfach der als mit mal noch und dann das denkt man gerade wie lang kann der bieter noch leben Warte kurz, von Level 1 auf Level 9, geil. Nein, ist auch nicht schlecht. Danke, schön. Gerne geschehen. Ich bin heute der junge Unbekommener. Ich weiß nicht, ob der Junge oder der Mädchen ist. Okay, und welche denn? Oh, ins Café. Zwei Typen. Doch, Junge. Alter. Und, uh... ... 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 Ich weiß nicht, es ist wie das die Zuflösung, so machen wir es nicht mehr. Nein, das war das. Ich weiß nicht, dass ich die Bippen Room wieder ausgeführt habe. Ich weiß nicht, dass ich ein spürgeräusch habe. Das ist eine Bühne von 30.000 Karten! Ich habe die 300.000 Karten! es gibt Oh Gott! Wie cool ist das? Was? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was? 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 Nein. Jetzt wirds so richtig heftig. Yuji, Erika! Ich bin... Ja, genau. Ich bin alle... Oh, 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 oh! Dann... Was ist das? Wie ist das? Ich bin nicht gut. Wir sind die Hacker. Ach so. Oh, Kapitel 8. Düstere Cyber-Welde. Oh, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt interessant. Hallo, Sato. Ich habe ein Gespräch. Ich bin jetzt in der Arbeit. Ich bin in der Pause. Ich bin in der Pause. Ich bin in der Pause. Tau-Rekords. Alles klar. Dann, ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.